Bei Ihnen läuft es nicht so rund, wie Sie es sich wünschen? Und das, obwohl Sie schon einiges erreicht haben im Leben, obwohl Sie schon so viel wissen, obwohl Sie schon so viel ausprobiert haben? Dann ist es jetzt wohl Zeit, tiefer zu gehen. Mein Name ist Thomas Horst Lembke und ich beobachte das seit etwa 30 Jahren. Wenn die Psyche in der Tiefe bremst, da helfen keine Tipps und Tricks oder die nächste super tolle Methode weiter, sondern da muss man genau an der Stelle ansetzen zu arbeiten, quasi auf Betriebssystemebene an der Persönlichkeit. Ja, das erfordert etwas Mut und wer das angehen möchte, braucht als Begleitung jemanden, der einerseits über eine solide Erfahrung verfügt und darüber hinaus auch über ein ausgeprägtes Gespür für innerpsychische Dynamiken. Denn da geht es um Feintuning. Da hilft kein Methodenreichtum allein, sondern da geht es darum, wann wende ich welche Methode an welcher Stelle genau an. Diese Arbeit mache ich selbst seit etwa 20 Jahren und bilde an unserem Deezer dazu auch andere Menschen aus. Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, ich sollte auf Ihr Thema auch mal einen Blick werfen, dann melden Sie sich. Sie finden hier rings um dieses Video irgendwo meine Kontaktdaten. Geben Sie ein Zeichen und dann können wir gemeinsam schauen, dass auch Sie an Ihrem Thema endlich einen ordentlichen Schritt vorankommen können. Bis dahin.